Das Thema dieses Films ist die Beantragung von Personalausweis und Reisepass. Ab Vollendung des 16. Lebensjahres muss jeder deutsche Staatsangehörige zur Feststellung der Identität einen Ausweis besitzen. Dieser Ausweispflicht kann man mit einem Personalausweis oder mit einem Reisepass nachkommen oder auch beide Ausweispapiere beantragen. Die Pflicht, einen Ausweis zu besitzen, beinhaltet übrigens nicht auch die Pflicht, diesen ständig bei sich zu tragen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Das Name ist die nied aufbereitet und aufbereitet. Fünf je streets, förber freshet ganz créer. Änderungsdurch, jß da wuchsü ett schふふ ist.